Hallo allerseits von Meosal, ich bin heute auf dem Weg zum Bezid, zum Mittag, zum Lunch, hier in der Soikautalo, Thema Karsosalat und hier ist der Reporter-Gruppe. Ich bin Emilie Kalein hier, hier ist mein großer Bahnhof heute mit dem Bürgermeister. Der hier maßgeblich wieder bei der Kabelbeseitigung mitwegt. So, das sind alle, die da beteiligt sind, TRUE, TMN, die ganzen Kabelbeseitigung, PTV, 3BB, DTEK und so weiter, hier alle hier. Die Kabel in Dombrus ausdünnen. Ja, das ist eben auch mal ein Reporter-Glück, wie man die sich wünscht. Und natürlich hier auch die Presse dabei, die echte Presse. Und, mal sehen, vielleicht kriege ich auch noch ein kleines Statement vom Bürgermeister. Ja, alles wird natürlich, die Medien wird dann schrägsam gemacht. Aber dafür habe ich natürlich mitgekriegt, dass Gunto Ramels eigentlich ein gutes Beispiel. Er ist sehr aktiv in den Social Media unterwegs. Facebook, TikTok, Line, überall. Hier ist auch eine Live-Kamera. Der Live-Kameramann, der ständig dabei ist. Und hier wurde natürlich einiges von Kabel runtergeholt. Hier sind natürlich auch einige Stadträte mit dabei, die ich gesehen habe. Hier ist ein ganzes Grat. Hier ist eineربitte die Ecke, die wir hier haben. Und hier ist es eine neue Stadträte. Hier ist ein sehr gut. Das war's von mir, wieder mal sozusagen live aus der Zeug-Kautalo in Sachen Kabelsalat.